Diesen Ski hier neben mir, den Head World Cup Rebels Ice Speed, gibt es in diesem Video zu gewinnen. Wie? Das erfährst du gleich. Und damit nochmal Servus und ganz herzlich willkommen zu diesem Gewinnspiel-Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe es in den Ski-Updates schon angekündigt und auch in einigen anderen Videos. Es gibt diesen tollen Race Carver für dich zu gewinnen, der könnte unter deinem Weihnachtsbaum liegen. Der Head World Cup Rebels Ice Speed in der Länge 180 Zentimetern und einem Radius von 18 Metern. Und dieser Ski, den habe ich jetzt 10 Tage gefahren, kommt flammeneu von Head, ist eine richtige Carving-Maschine und mit der kannst du richtig Spaß haben. Den gibt es in diesem Video zu gewinnen. Und wie das Ganze läuft, ist relativ simpel. Es gibt nur zwei Anforderungen. Das erste ist, du musst volljähriger Abonnent meines YouTube-Kanals, dem YouTube-Kanal MariusQuast sein. Und du musst die Gewinnspielfrage richtig in den Kommentaren unter diesem Video beantworten. Und die Frage lautet, in welchem Skigebiet war ich in dieser Saison 2019-2020 an meinem ersten Skitag Skifahren? Wenn du noch keine Ahnung zu dieser Frage hast, dann schau dich mal auf meinem YouTube-Kanal um. Es ist sehr leicht, das herauszufinden. Alle weiteren Teilnahmebedingungen findest du schriftlich unten in der Beschreibung. Das Gewinnspiel beginnt jetzt mit diesem YouTube-Video mit der Veröffentlichung und endet am 15.12. um 8 Uhr. Dann werden nämlich dort im Ski-Update an diesem Sonntag drei Gewinner gezogen. Der erste ist der Hauptgewinner. Wenn der sich nicht meldet, kommt der zweite, dann der dritte. Also, jetzt beginnt das Gewinnspiel. Kommentiert fleißig, abonniert den YouTube-Kanal. Und ich freue mich natürlich, wenn dieser Ski an einen tollen Gewinner zu Weihnachten geht. Und wir stellen sicher, dass der irgendwie unter deinem Weihnachtsbaum landet. Alles klar. Und ich halte ihn natürlich in Ehren. Das ist noch ganz wichtig. Er wird nicht mehr viel gefahren. Also bis zum Zeitpunkt der Verlosung hat dieser Ski zehn Tage gefahren. Und das durch mich. Ich passe wirklich gut drauf auf. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Viel Glück beim Gewinnspiel. Und wir sehen uns natürlich in anderen Videos vorm 15.12. wieder. Ansonsten zur Ziehung genau dann. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.